Hey Leute, what's up? Moonbun hier. Herzlich willkommen zu einem kleinen Talk-Video. Ich möchte einfach mal wieder hinsitzen und ein bisschen mit euch reden. Der Jahreswechsel steht bevor. Ich dachte, es wäre ein guter Zeitpunkt, einen Blick zurückzuwerfen. 2020, was ist passiert bei mir auf dem Kanal, im Lab? Und 2021, was kommt auf uns zu? Was kommt auf euch zu? Was kommt auf mich zu? Einfach wirklich so ein ganz gemütliches Talk-Video, ein bisschen mal wieder labern. Wisst ihr, so ein kleiner Austausch. Deshalb, ihr könnt dieses Video gerne in den Hintergrund machen, ihr könnt es minimieren oder was auch immer. Könnt es euch einfach anhören. Es wird kein Gameplay gezeigt, es wird einfach gar nichts gezeigt. Ich sitze hier einfach für die nächsten 20 Minuten und rede ein bisschen. Zumindest, wenn es gut läuft. Wenn nicht, sitzen wir ja auch ein bisschen länger hier und reden. Fangen wir an. Wie sieht der Bengel aus? Wundert euch bitte nicht. Das ist eine Lockdown-Frisur. Ich habe zu Weihnachten einen Haartrimmer geschenkt bekommen, einen neuen, weil den alten hatte ich seit ich 15 oder 16 war. Und es sind dann jetzt doch schon 19 Jahre, so langsam. Und da war es mal Zeit für einen neuen Trimmer und meine Schwester hat mir die Haare getrimmt. Hier, man sieht, sie ist keine Friseuse, aber ich bin sehr zufrieden. Für eine Lockdown-Frisur bin ich sehr zufrieden. Mich stört es immer, wenn sie an den Seiten so wuchert. Wisst ihr, wenn dann die Haare auf die Ohren gehen und so. Das geht mir voll auf die Eier. Deshalb wundert euch nicht, wie es aussieht. Der Bart ist eine andere Geschichte. Da bin ich nämlich schuld, weil der neue Trimmer hat sich herausgestellt, dass Stufe 3 ist nicht genauso lang wie Stufe 3 auf dem alten Trimmer. Stufe 3 ist in der Tat ein bisschen kürzer als die alte Stufe 3. Aber hey, nächstes Mal weiß ich es. Okay, haben wir das aus dem Weg. Worüber will ich sprechen? Fangen wir an mit einem Rückblick auf 2020 und dann einen Ausblick auf 2021. Ich reiße ganz kurz die Themen an, über die ich sprechen will. Im Rückblick will ich sprechen. Oh, ich muss niesen. Vielleicht doch nicht? Okay. Im Rückblick möchte ich sprechen über natürlich scheiß Corona. Müssen wir ganz kurz ein bisschen drüber reden, wie es mich beeinflusst hat. Ich möchte drüber sprechen, was ich eigentlich für Pläne hatte für 2020 und was daraus geworden ist. Ich möchte aber auch drüber sprechen, was auf YouTube und Twitch abging, was mich beeindruckt hat oder was mich geprägt hat dieses Jahr, was für mich wichtig war. Was an Games mich geprägt hat dieses Jahr, was für mich wichtig war. Und dann möchte ich für 2021 für den Ausblick, da habe ich große News für euch, guys. Richtig große News. Die kommen dann Richtung Ende des Videos. Wie es mit Moonboons World weitergeht. Ich habe ganz große Pläne nämlich. Kommen wir dann dazu. Okay, fangen wir an. Als ich 2019 in 2020 reinging, war ich derbe motiviert, guys. Ich war richtig, richtig motiviert, dass 2020 mein Jahr wird. Ich weiß noch, wie ich im Februar bin ich zu einer Arbeitskollegin hingegangen und habe gesagt, dieses Jahr wird mein Jahr. Weil ich war motiviert, weil ich ja 2019 hatte ich ja die Augen-OP. Und das hat mir extrem viel Selbstvertrauen gegeben. Ich habe mich nach der Augen-OP, wenn ich ohne Brille im Alltag rumlaufen kann, habe ich mich sehr, sehr, sehr viel selbstsicherer gefühlt. Ich gefalle mir selber besser, wenn ich diese Panzerglasbrille von früher habe und so. Und das hat mir sehr viel Selbstvertrauen gegeben. Und ich dachte, dass ich dann in 2020 jetzt voll rangehe und Gewicht verliere. Bisschen abspecken. Ihr wisst, was ich meine. Und ich war extrem motiviert. Und dann kam Corona. Und ich will das jetzt gar nicht als Ausrede benutzen. Ich weiß, man kann trotz Corona abnehmen. Aber es hat meine Pläne durchkreuzt. Weil der Sport, den ich am liebsten mache, ist nach wie vor Fahrradfahren. Und das wollte ich mir ein neues Fahrrad kaufen, weil bei meinem alten geht nichts mehr. Und ich habe wirklich drei Anläufe versucht, ein neues Fahrrad zu finden. Hier, lokal. Und dann noch im Internet. Aber es hat nicht geklappt. Entweder war der Laden zu, weil die auch im Urlaub waren. Oder sie konnten nichts liefern, weil eben wegen Lockdown auch international keine Fahrräder mehr hergestellt wurden aus China oder wo die sonst immer herkommen. Und das dritte Mal, da hatten sie zwar ein paar da, aber nichts für meine Gewichtsklasse. Weil ich brauche welche, wo der Rahmen über 115, über 120 Kilo aushält. Und das ist dann extrem schwer geworden. Das hat mich ziemlich deprimiert, muss ich sagen. Ich habe dann auch irgendwann aufgegeben. Ich habe noch ein bisschen online, habe ich noch ein bisschen rumgeschaut. Nach stylischen Fahrrädern, die auch eben diese Voraussetzungen erfüllen mit dem Gewicht. Aber ich habe nichts gefunden, was in meiner Preisklasse wäre oder was einigermaßen zu mir gepasst hätte. Oder was auch lieferbar wieder gewesen wäre. Weil online war so ein bisschen dasselbe Problem. Und es hat mich extrem demotiviert. Und dann war es das auch mit 2020 und den Abnehmenplänen. Aber hey, wir haben ja noch 2021. Deshalb nehmen wir uns das einfach vor für das nächste Jahr. Können wir einfach kopieren, einfügen, nächstes Jahr ein neues Fahrrad besorgen und dann legen wir los. So ist zumindest mein Plan. Und ich meine es ernst. Also ich habe es wirklich jetzt wieder vor. Wir gucken, was passiert. So viel dazu. Was war 2020 los Richtung Gaming und YouTube und Twitch? Nun, ich muss sagen, es war eine riesige Shitshow einfach, oder? Am Anfang hat alles gut angefangen. Ich weiß noch, wie wir smooth reingeklitten sind in 2020. Erinnert ihr euch? Macht die Augen zu. Erinnert euch? World of Warcraft Klassik. Irgendwann, ich weiß nicht mehr, ob es im Februar war oder im März, aber irgendwann Anfang 2020 kam BWL raus. Black Wing Lair. Der Pechschwingenabstieg. Und ich war noch bei Mitashi da in der Gilde, bei Rules of Nature. Und das war für mich gefühlt unsere Hochzeit. Da hat es mir am allermeisten Spaß gemacht. Wir hatten immer donnerstags, habe ich den Raid gestreamt auf Twitch und das war immer der Banger Donnerstag. Da haben wir dann ein bisschen ein Bierchen im Raid getrunken und haben Banger Musik gehört und haben halt Vollparty gemacht während dem Raiden. Und das war so der Höhepunkt, wo es mir am meisten Spaß gemacht hat. Und dann kam irgendwann der zweite Raidtag dazu, wo wir dann am Sonntag haben wir Molten Chorals noch gekleert. Und irgendwann kam Zulgerup dazu. Ich will einfach sagen, das war cool. Das war eine richtig coole Zeit, so ins Jahr zu starten. Und das ging dann ja auch bis Richtung Sommer. Noch mit ZG. Und dann hat sich für mich aber das Klassik-Thema auch erledigt gehabt. So Mitte des Jahres. Nach gut einem Jahr Klassik. Vielleicht elf Monate Klassik für mich. Weil auf AQ hatte ich keine Lust. Die Gilde ist dann eben Sand verlaufen. Beziehungsweise wir sind ja dann da auseinander gegangen. Und ich habe dann auf PvE-Server getranst wegen dem ganz anderen Thema. Und ja, damit war Klassik erstmal durch. Und ich hatte so ein bisschen Freiraum und konnte andere Sachen machen. Und wir hatten ja dieses Jahr auch diese Final Fantasy Sponsorings. Zwei Stück sogar an der Zahl. Und das war ein weiteres Highlight 2020. Weil natürlich nicht wegen dem Sponsoring, wegen dem Geld an sich, was wahrscheinlich viele jetzt schon wieder denken. Nee, wirklich. Weil Final Fantasy mir so gut gefällt. Und es mir so viel Spaß macht. Und weil ich bei Final Fantasy, als ich diese Videos gemacht habe, da finde ich, habe ich wirklich mal gezeigt, was ich kann. Weil normalerweise bei WoW, guck mal, was jetzt auf dem YouTube-Kanal kommt. 0815 Let's Play. Aufgenommen, hingeschissen, hochgeladen. Aber bei Final Fantasy 14, das war ein Content, den ich selber noch nicht gekannt habe. Ich habe den durchgespielt. Ich habe das recherchiert. Ich habe das zusammengefasst. Ich habe alles, was ich gestreamt habe, immer durchgeschaut. Habe das zusammengeschnitten. Habe ein thematisches Video erstellt für das Sponsoring. Und ich finde, dass diese Final Fantasy 14 Videos, das sind von der Qualität her, sind es die hochwertigsten Videos, die ich habe auf dem YouTube-Kanal. Vor allem die letzten, ne? Raiden in Final Fantasy 14. Housing in Final Fantasy 14. Und da muss ich mir selber auf die Schulter klopfen, weil da bin ich echt stolz drauf. Das ist das, was ich eigentlich machen wollte, wofür ich aber sonst nie Zeit habe. Weil ich auch sonst nicht so gut dafür bezahlt werde, ne? Da habe ich schon viel von meiner Freizeit geopfert, um das alles rauszusuchen, zu schneiden und zu machen einfach. Und das hat mich gefreut. Das andere Positive, was rauskam aus dem Final Fantasy 14 Sponsoring, war natürlich, dass ich ein neues Spiel gefunden habe, was ich spielen kann, wenn ich gerade keinen Bock habe auf WoW. Und die Leute. Wenn ich an Koku und Rayla denke und die ganze Zeit an anderen Final Fantasy-Nerds, mit denen wir da gespielt haben, mit denen zu raiden, ist einfach super gewesen. Das hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Und das sind alles so coole Leute, auf die ich hätte verzichten müssen wahrscheinlich, wenn ich das nicht gemacht hätte. Und die sind heute noch bei mir im Chat. Wir haben noch Kontakt. Und nächstes Mal, wenn die WoW-Down-Phase kommt und ich Final Fantasy spiele, dann weiß ich, die sind da. Die sind da und mit denen kann ich wieder zocken. Und das macht mich so happy. Das ist richtig, richtig gut. Also 2020 war nicht nur negativ. Was war allerdings negativ? Ich muss jetzt ein bisschen an Twitch und diese ganzen Geschichten denken. Ich finde, Twitch hat dieses Jahr richtig reingeschissen. Also zumindest bei mir, wenn ich so drüber nachdenke. Wenn ich denke, wie viele Shitshows dieses Jahr auf Twitch abgingen, ich weiß gar nicht mehr, was am Anfang des Jahres alles war. Wenn ich jetzt kurzfristig zurückdenke, dann weiß ich, diese eine Streamerin, die ihre komplette Mumu gezeigt hat und erotisch nackt getanzt hat und ihr Arschloch gezeigt hat und die hat dafür nur ein 3-Tage-Bann gekriegt, weil sie hat aus Versehen auf Twitch gestreamt und wollte für ihr Onlyfans eigentlich streamen und hat den Stream-Key nicht ausgetauscht. Kontext ist wichtig. Andererseits gibt es Streamer, die haben vor 5 Jahren Scheiße gebaut und sind deshalb vorbelastet und machen jetzt eine kleine Scheiße, was nicht ansatzweise, zumindest in meinen Augen, so schlimm ist und die sind perma gebannt. Und es ist einfach immer noch diese Kommunikation, die fehlt bei Twitch. Man weiß nie, woran man ist, man weiß nie, was soll der Scheiß. Wir wissen immer noch nicht, warum Doc gebannt ist. Der größte Streamer, einer der größten Streamer. Wir wissen immer noch nicht, warum Doc gebannt ist. Wann war das? Im Sommer? Auf einmal war er weg. Auf einmal war Doc weg. Keiner weiß es. Es gibt einfach null Kommunikation. Es ist so komisch. Und dann diese ganze DMCA-Scheiße, die sie so komisch gehandelt haben. Bzw. die sie eigentlich nicht wirklich gehandelt haben. Also ich finde es sehr, sehr komisch. Und jetzt kommen diese Sachen mit den Sims und mit den Virgins und so, wo sie spezielle Worte festlegen, auf die sie besonders achten bei Harassment. Was meiner Meinung nach völliger Schwachsinn ist. Weil Harassment, also jemanden zu harassen, zu nerven, zu stressen, zu beleidigen, das ist schon immer verboten, laut TOS. Und jetzt legen sie Worte fest, wie eben Virgin, also Jungfrau oder ein Simp. Eben jemand, der den Frauen nachstellt für Aufmerksamkeit und hohe Donus rausballert für Aufmerksamkeit und so. Und das legen sie jetzt explizit fest. Aber das böse N-Wort zum Beispiel haben sie nicht festgelegt als explizit bannbar unter diesem Term. Harassment. Das haben sie nicht festgelegt. Und es ist halt einfach so eine komische Sache. Es ist einfach, ich habe das Gefühl, die wissen selber nicht, was sie machen teilweise. Und das betrifft jetzt wahrscheinlich nicht Twitch.de. Also ihr braucht jetzt nicht böse Tweets an Twitch.de machen, weil die können dafür nichts. Solche Entscheidungen und solche Sachen, die werden ja alle in Amerika im Hauptsitz getroffen. Und ich denke, dass unsere Leute, also unser deutsches Twitch, die müssen halt Folge leisten. Ich denke nicht, dass die irgendwelche Wahl haben. Wie auch immer. Ist mir eigentlich scheißegal. Jedenfalls finde ich es sehr, 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 sehr bedenklich, wie sich das Ganze entwickelt. Und die Situation mit der Werbung. Twitch hat dieses Jahr diese Werbung, die Mid-Roll-Werbung eingefügt, die mitten im Stream kommt. Unkontrolliert manchmal bei manchen Zuschauern. Und sie haben Ad-Blocker umgangen, damit sie wieder Werbung anzeigen können. Und lauter solche Sachen. Werbung in einem Livestream ist sowas von tödlich, weil man weiß nie, wann sie geschalten wird. Wenn gerade was Spannendes passiert, irgendein Boss wird gekillt nach 10 Stunden Trine oder irgendein Scheiß und auf einmal kommt Werbung für die Zuschauer. Das ist einfach dämlich. Und dann wird extra der Ad-Blocker noch umgangen, damit Hauptsache die Werbung wirklich angezeigt wird. Die Lösung momentan ist, dass die Streamer selber Werbung schalten, um das zu kontrollieren. Aber was ist, wenn du überhaupt keine Werbung schalten willst? Ich will eigentlich keine Werbung schalten während meinem Livestream, weil ich finde Werbung einfach nervig. Und ich muss, ich müsste, sagen wir es so, ich mache es ab und zu, wenn ich dran denke. Aber ich denke nicht immer dran. Und dann kommt einfach unkontrolliert manchmal Werbung zwischendurch. Es ist einfach rundum fühlt sich für mich Twitch an, als würden sie es ausnutzen, dass sie das Monopol haben. Wisst ihr? Und würden halt machen, was sie wollen. Und ich hoffe wirklich, dass bald neue Technologien, wie zum Beispiel Theta oder andere, wachsen und Konkurrenz bieten können. Wir hatten ja schon Microsoft mit Mixer, aber das war auch eine große Firma, ein Konzern, der versucht hat durchzustarten. Klar haben wir YouTube und Facebook Gaming, aber da würde ich nicht hin wechseln wollen, selbst wenn Twitch dicht macht. Höchstens YouTube vielleicht. Aber es gibt Theta und da setze ich wirklich Hoffnung rein. Das ist eine dezentrale Streaming-Plattform, also eine Peer-to-Peer-Streaming-Plattform. Kann man sich auch heute schon angucken. Die sind allerdings noch in der Beta-Phase, die testen noch ihre Technologie aus. Das funktioniert glaube ich irgendwie über die Blockchain, also so ähnlich wie Bitcoin oder so. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Aber ihr könnt euch das mal anschauen, wenn es euch interessiert. Und ich hoffe wirklich, dass sowas wächst, dass nicht diese Kontrolle immer bei Amazon oder bei Microsoft oder bei Google liegt, wisst ihr, sondern schön Peer-to-Peer, dezentralisiert bei uns, bei den Streamern, bei den Zuschauern. Das wäre mein Traum, dass das erfolgreich wird. Aber okay, ich komme ins Ramblen. Bleiben wir mal bei 2020. Corona war natürlich am Anfang für mich nicht sehr belastend, weil ich lebe ja eh diesen Quarantäne-Lifestyle mehr oder weniger. Und es fiel mir nicht schwer, Kontakte zu begrenzen, weil ich gehe wirklich kaum Leute besuchen. Ich gehe wirklich kaum auf Feste oder Feiern oder irgendwas. Und ich bin auch sogar froh, dass die ein oder andere Hochzeit abgesagt wurde. Wisst ihr, wo man als soziale Verpflichtung hätte hin müssen, in Anführungszeichen. Natürlich geht man auch gern hin. Aber ihr wisst, was ich meine. Und da muss man wieder einen Anzug anziehen und die ganzen Sachen. Ihr fühlt es, oder? Ihr seid auch Nerds. Ihr fühlt es. Und jetzt inzwischen ist es aber so, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es mich doch belastet. Aber nicht wegen diesem Aspekt, sondern wegen der Arbeit. Ihr wisst ja, ich arbeite im ambulant betreuten Wohnen für Menschen mit Behinderung. Das heißt, ich gehe zu den Menschen mit Behinderung nach Hause und helfe denen im Haushalt. Ich gehe mit ihnen einkaufen. Wir machen Freizeitaktivitäten. Jetzt natürlich aktuell nicht Freizeitaktivitäten, weil geht ja nicht. Aber das ist mein Beruf. Und das wird durch Corona wirklich sehr, sehr, sehr schwer. Weil natürlich müssen wir dann, wenn wir in der Wohnung sind, auch auf die Maßnahmen achten, mit Mundschutz und allem. Und ich beschwere mich nicht über Mundschutz. Also gar keine Frage, weil das stört mich überhaupt nicht. Wirklich gar nicht. Ich könnte Mundschutz anziehen, weiß nicht, stundenlang. Habe ich kein Problem damit. Aber man muss dran denken. Sie müssen dran denken. Man muss das ihnen verständlich machen. Immer wieder. Jemand, der das natürlich nicht so versteht, wie wir, hat viel größere Ängste manchmal. Und immer wieder. Und man muss das immer wieder beteuern und immer wieder erklären und sehr viel Geduld und Empathie dafür aufbringen. Und das ist mit der Zeit jetzt doch anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen. Man sieht manchmal diese Schwurbler, Schwubbler, wie sie auf Facebook oder so gegen die Masken sind. Man sieht, wie sie in der U-Bahn oder was weiß ich im Bus ohne Maske ihre Liedchen singen und so eine Scheiße. Und man regt sich über die Leute auf und vergisst es. Aber wenn du wirklich mit manchen Leuten arbeitest, die eben auch kein so gutes Verständnis einfach haben. Und du musst es denen immer wieder versuchen nachzulegen und beizubringen. Und jede Woche versuchst du, das zu erklären. Und du merkst aber manchmal, das sind genau solche Menschen während des. Da redest du eigentlich gegen eine Wand. Das ist mega frustrierend und auch mega anstrengend mit der Zeit. Und ich hoffe wirklich, dass das Ganze bald vorbei ist. Einfach nur inzwischen. Ich hoffe, dass es nicht mehr so lange dauert, bis jetzt alle mal durchgeimpft sind. Oder was auch immer. Was auch die Lösung ist. Ich hoffe wirklich, dass es bald vorbei ist. 2021 hoffen wir natürlich, dass alles besser wird. Und ich muss für mich auch sagen, es wird eine große Änderung geben hier bei Moonboons World. Denn ich möchte mich ein bisschen loslösen von Moonboons World tatsächlich. Von dem Namen, von der Online-Identität. Denn das Ganze ist jetzt ein Projekt. Das läuft seit 2010. Wir hatten im Oktober dieses Jahr hatten wir zehnjähriges Jubiläum. Und ich finde, dass es einfach nicht mehr aktuell ist. Ich finde, dass Moonboons World nicht mehr zu mir passt, wie ich mich fühle, wie ich bin. Momentan. Moonboons World war immer sehr WoW-fokussiert. Hat immer Wald von Elvin als Hintergrundbild. Oder ein WoW-Jar. Oder was auch immer. Und ich fühle es einfach nicht mehr. Ich spiele noch WoW, natürlich. Aber ich möchte, dass sich meine Online-Identität nicht nur da drum dreht. Wisst ihr? Ich mag erstens den Namen nicht. Schon lang nicht mehr. Sei es wegen dem World hintendran. Sei es wegen dem Moonboon. Der oft mit Moonmoon verwechselt wird. Wenn irgendwelche Leute sagen, ich wäre ein Abklatsch. Oder was auch immer. Ich habe einfach keinen Bock mehr drauf. Auf Moonboons World. Ich mag diese Identität nicht mehr. Schon lange. Schon lange. Und ich habe schon oft darüber nachgedacht, ob ich mich umbenenne. Ob ich die Identität ein bisschen anpasse. Und ich werde jetzt für 2021, wahrscheinlich ziemlich früh in 2021, werde ich ein Rebranding durchführen. Natürlich ist es keine Brand, weil ich habe keine Marke angemeldet. Aber wir werden, wir werden hier, wir werden ein bisschen was ändern. Ich werde die Online-Identität ändern, einen neuen Namen suchen, beziehungsweise ich habe schon einen, aber das werde ich dann noch mit euch besprechen, wenn es soweit ist. Und ich werde das Ganze ein bisschen anpassen einfach. Das ist für mich, dass es sich wieder richtig anfühlt, dass es nicht zehn Jahre alt ist, sondern dass es wieder aktuell ist, dass es passt. Ich habe in letzter Zeit sehr, sehr, sehr vermerkt, dass ich überall, dass all meine Zahlen schrumpfen. Ich verliere auf Twitter-Follower, auf YouTube und auf Twitch, auf allen Plattformen. Und es kann natürlich sein, dass das inaktive Accounts sind von diesen Geet-Giveaways, die ich ja ab und zu mal gemacht habe. Da folgen ja dann Leute rein, weil sie einen PC gewinnen wollen. Und entweder entfollowen die dann kurz nachher wieder, oder sie sind eben eine Weide dabei und entfollowen dann, oder sie haben irgendwelche zweite und dritte Accounts, die dann halt irgendwann wieder gelöscht werden. Und dadurch gehen die Zahlen runter. Kann natürlich sein, es kann aber wirklich auch sein, dass das Interesse so langsam verloren geht an dem, was ich mache. Und das ist das, was ich eigentlich eher fühle, weil dieses Ganze jetzt, wir haben diese Klassik-Level-Reihe, obwohl jetzt eigentlich Shadowlands draußen ist und Klassik ist nicht mehr in aller Munde und nicht mehr aktuell. Und ich sehe es auch an den Zuschauerzahlen. Wir hatten am Anfang pro Episode durchgehend, jede Woche hatten wir pro EP 1200 Viewer. Und dann hatten wir irgendwann 1000 Viewer. Jetzt haben wir noch zwischen 600 bis 800 Viewer. Die Likes sind getroppt von 100 Likes pro EP auf 60 oder 65 Likes pro EP. Man merkt einfach mit der Zeit, ganz langsam, aber sicher geht das Interesse runter. Und das macht halt so keinen Spaß. Das demotiviert natürlich. Ich bin natürlich froh für jeden, der noch da ist, umso mehr. Und ich bin um jeden Kommentar froh, um jeden Zuschauer. Ich bin um wirklich alles froh. Aber ich möchte wieder frischen Wind reinbringen. Wisst ihr, ich will, ich will wieder loslegen. Ich war ja bei Fuchs, ne, Ipufuchs, der jetzt durchgestartet ist. Der hat seinen kompletten Dachboden, hat er umgebaut, hat riesige Kredite aufgenommen, hat sich selbstständig gemacht damit. Einfach einen Schuss ins Blaue. Hat losgelegt. Und ich war da ein bisschen immer im Hintergrund und habe ihm ein bisschen geholfen bei Sachen. Er hat immer viele Fragen gehabt. Was denkst du, wie soll ich dies und jenes machen? Und ich habe sehr viel Kraft da reingesteckt in das Projekt Ipufuchs, was ich auch nicht bereue, weil er ist ein sehr guter Freund von mir. Aber ich habe gemerkt, warum nehme ich diese Kraft eigentlich nicht und stecke es in mein eigenes Projekt. Das dümpelt hier alles nur noch so vor sich hin. Das ist alles nur noch Routine. Ich komme vom Arbeiten nach Hause, werfe den Stream an, bin komplett müde, stream 2-3 Stunden, fühle mich gut, weil ich was gemacht habe. Aber was ich gemacht habe, war wahrscheinlich völlig irrelevant. Und dann gehe ich wieder offline. Und genauso ist mit dem YouTube-Kanal. Der werft nichts ab, weil auf YouTube verdient man kaum was, in meiner Größenordnung. Deshalb 0815 Let's Play, aufnehmen, hinscheißen, hochladen. Wisst ihr, das ist alles nur noch so und das gefällt mir nicht. Gerade im Hinblick, wie stolz ich war auf diesen qualitativ hochwertigen Content, den ich mit den Final Fantasy 14 Videos gemacht habe. Deshalb möchte ich ein bisschen was ändern nächstes Jahr. Es gibt das Rebranding. Wir ändern alles. Die Classic-Level-Reihe wird natürlich weiterlaufen, an alle, die sich jetzt schon wieder Sorgen machen. Aber ich möchte ein bisschen wegkommen vom WoW-Image. Also es kann sein, dass dann andere Games kommen. Andere Let's Plays mal. Oder es kann sein, dass ich vielleicht wirklich, Achtung, haltet euch fest, dass ich vielleicht wirklich mal Reaction-Content mache. Vielleicht? Vielleicht. Ich habe absolut noch kein Konzept. Aber könnte ich mir vorstellen, einfach mal ausprobieren. Wisst ihr? Mal was Neues ausprobieren? Einfach mal schauen. Einfach mal ein bisschen was ändern. Ein bisschen frischen Wind reinbringen. Ein bisschen gucken. Wisst ihr? Das habe ich so geplant. Und es wird ein natürliches Video geben, wenn es soweit ist. Ich möchte nicht jetzt schon Namen ändern und dann steht die neue YouTube-URL da oder die neue Twitch-URL. Aber oben steht immer noch Moonboons World im Header. Deshalb, wir arbeiten jetzt dran. Neues Design und alles. Und wenn das alles bereit ist, wenn das alles ready ist, dann gibt es an einem Tag die große Umstellung, wo alles geändert wird, wo alles umgestellt wird. Und dann gibt es an dem Tag auch das Video, wo ich den neuen Namen erkläre, wie ich da hingekommen bin, was ich mir so genauer dann vorstelle mit einem richtigen Konzept. Das heute waren jetzt nur Ideen und dann, wenn es soweit ist, kommt ein Video, wo alles erklärt wird mit richtigem Konzept, wie es dann weitergehen soll. Ach, okay. Und übrigens eins noch am Schluss. Mein PC macht Faxen. Es ist ziemlich was kaputt. Ich glaube, Festplattenintegrität ist beschädigt. Ich glaube, meine Grafikkarte ist definitiv beschädigt. Und vielleicht hat es auch den ein oder anderen Arbeitsspeicher getroffen. Da ist irgendwas passiert. Deshalb ist der neue PC bestellt und der kommt Ende Januar. Und bis dahin wird die Classic-Level-Reihe pausiert. Keine Angst, sie wird nicht abgebrochen. Sie wird nur pausiert, bis der neue PC da ist, weil es ist uns bei der letzten Session passiert, dass wir aufgenommen haben. Classic-Level-Reihe und dann Blue Screen und dann war alles weg. Und mein Ziel bei der Classic-Level-Reihe ist ja, den ganzen Level-Prozess von 1 bis 60 festzuhalten. Und ich habe keinen Bock, die ganze Zeit quasi Content zu verlieren und Fortschritt zu verlieren, was man dann nicht auf YouTube sieht. Deshalb, wenn der neue PC da ist, geht es weiter. Aber bis dahin nehme ich mal keine Let's Plays jetzt auf oder irgendwas. Ich bin sogar froh, dass er jetzt durchgelaufen ist während dieses Videos, wo wir jetzt doch schon bei 25 Minuten sind. Von daher, ihr wisst Bescheid. Sobald der neue PC da ist, sage ich euch Bescheid. Richt ihn ein und dann geht es los. Okay? Okay. Vielen Dank fürs Reinschauen, Guys. Schreibt mir bitte Kommentare. Was denkt ihr zu allem, was ich gesagt habe? Zu jedem Punkt. Ihr könnt gerne was schreiben und ihr könnt natürlich auch gerne euren Ausblick auf 2021 schreiben oder euren Rückblick auf 2020. Schreibt einfach ein bisschen was unten rein. Ich lese gerne alles. Vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Wir sehen uns bald wieder. Ich bin der Moony und ich bin raus. Ciao, ciao.